Musik Gut, ich hab nur was geguckt, Leute. Ich muss das leider nochmal aufnehmen. Ich hatte es davor aufgenommen gehabt. Aber Dan hat irgendwie alles rumgesponnen und gelöscht wurde. Deswegen... Mal erst ein bisschen anders machen. Ich will diesmal ein bisschen Eis aufbauen. Wir machen nur eine kleine Insel diesmal. Weil wir... Oh, leider auch begrenzter Platz, was ich das letzte Mal gemerkt habe. Boah. Ich hab ein bisschen Gras hier im Platzen. Plätzchen. Boah. Ups. Nicht schlimm. Wir haben jetzt eine kleine Eisfläche hier. Wenn ihr am Anfang jetzt immer noch das so sehen solltet. Ja. Und das Schlafen wird bestimmt von meinem Lautsprecher kommen. Oder ich weiß nicht, ob jetzt das Ausaufnahmeprogramm ist. Leider weiß ich das nicht. Wenn wir jetzt mal gucken, was wir hier nehmen können. Ich habe es, weil ich es gerne eisig habe. Mit der Insel. Machen wir mal... Okay. Keine Ahnung, warum es gerade so verbuggt war. Der Insel. Vielen Dank. Und hier nehmen wir für daneben. Es wird eine kleine, kleine winterliche Station werden. Was ich gern noch gemacht hätte... Wo sind denn die Loran? Erstmal hier. Den steh ich hier hin. Und dann kommen die Fackeln, weil ich die Loran habe. Die A... Ja. 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 Amen. Wenn ich wüsste... Und eine leere Lohre daneben. Und eine leere Lohre daneben. Okay, das machen wir gleich wieder weg. Ich brauche noch die Werkzeugdinge. Oh, das hängt ein bisschen in der Richtung. Ich brauche nur noch Fackeln und die Kiste mit den Laternen. Ihr seht ja auch grob, für was hier was ist. Ich brauche noch die Lohre daneben. Eine kleine Spielzeugstation können wir da unterpacken. Ich brauche noch die Lohre daneben. Wo ist die... Wir können auch stattdessen... Nein, das funktioniert auch mit Lichter. Aber wo habe ich denn die Laternenbox? Hier ist er. Und somit wäre die Insel eigentlich fertig. Hammer ist bauen, Schaufel ist graben, sägen... Dann kann man zum Beispiel Wände einziehen. Und die unten kann man alles speichern. Da kommt zum Beispiel auch die Karte... Im Winter einziehen, Fallen, Sommer... Und Auto. Und das Laden... Also speichern. Werden wir hier drauf speichern. Ich habe das ja schon gemacht gehabt. Das machen wir eigentlich nur zumachen. Und hier solange... Bis ich nichts mehr in der Schütte habe. Deswegen haben wir hier alles fertig. Eine kleine Winterinsel. Mit dem Boot wieder an der Seite. Ich wollte erst eine Loren-Insel mit mehreren Häusern machen. Bald vorige Mal. Aber da wo die Aufnahme nicht so geklappt hat, habe ich mir gedacht... Ja, ähm... Der nehmt anders. Nur um zu zeigen. Und ich wollte eigentlich auch noch eine größere Insel normalerweise bauen auf meinen anderen Account. Aber da habe ich leider meine Anmeldedaten nicht gefunden. Und am zweiten Zeichen habe ich mir so gedacht... Fürs Zeigen wird doch erstmal was Kleines reichen. Also habe ich mich doch an meiner Insel hier zu schaffen gemacht. Aber damit war es erstmal mit Ponytown für eine ganze Weile... Irgendwann nehmen wir uns wahrscheinlich nochmal die große Insel vor. Die ich noch nicht bebaut habe. Auf meinem zweiten Account. Und ja... Dann hört und stört man sich. Und nächstes Mal... Er wird sehen... Es wird bestimmt noch eine Weile ein paar neue Let's Plays geben. Na denn... Bye-bye. Mein Hörten stört sich.